In Lektion 3 haben sich bereits mit Algorithmen und Algorithmic Bias beschäftigt. Diese beiden Begriffe greift diese Lektion nochmals auf und stellt sie dabei in ein neues Licht. Dazu kommen weitere Themenschwerpunkte, beispielsweise Journalismus und Ökonomie, zukünftige Chancen und Herausforderungen an Journalistinnen und Journalisten und das alles natürlich unter dem Aspekt der Digitalisierung. Herr Murschitz, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im MOOC Digitales Leben 2. Willkommen zum MOOC Digitales Leben 2. Mein Name ist Dr. Paul Murschitz aus Salzburg. Ich bin habilitierter Kommunikationswissenschaftler mit Schwerpunkt Medienökonomie und Digitale Transformation der Medien. Ich präsentiere heute das Thema Medienjournalismus und Medienmanagement in der digitalen Transformation – Chancen, Herausforderungen und Handlungsfelder. Während sich Paul Murschitz vorgestellt hat, habe ich mich gefragt, ob es unter Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Journalistinnen und Journalisten gibt. Wissen Sie, warum ich so direkt frage? Ich habe heute Morgen meine Online-Zeitung aufgeschlagen und habe mich gefragt, wie eigentlich die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten heute aussieht. Damit meine ich aber nicht unbedingt, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, sondern eher, wovon dieser Arbeitsalltag bestimmt wird. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob Journalistinnen und Journalisten mittlerweile ihre eigenen Algorithmen schreiben und künstliche Intelligenzen trainieren, die dann ihre Texte produzieren. Klingt das für Sie mehr nach Science Fiction als nach Realität? Fragen wir doch am besten Paul Murschitz, was die aktuellen Studien über die kommenden Trends in der Medienlandschaft sagen. Der erste Blog wird insgesamt jetzt drei zentrale Fragen bearbeiten. Die erste Frage lautet, welche zentralen Entwicklungen und Trends hält die digitale Transformation für Journalistinnen, Nachrichtenverlegerinnen und Mediennutzerinnen bereit? Die Frage 2 lautet, welche Trendszenarien gibt es im Nachrichtenjournalismus 2025? Welche sind die zentralen Trendtreiber und welche Zukunftsszenarien sind absehbar? Frage 3 lautet, welche potenziellen Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf den Menschen und unsere Gesellschaft? So, um Trends sozusagen zu beantworten, würde ich folgenden Problemhintergrund zeichnen. Zunächst werden wir uns kurz mit einer Definition des Phänomens digitale Transformation befassen und es bedeutet nichts mehr oder weniger als die Einführung neuer Technologien zur Verbesserung von Produkten, Prozessen, Dienstleistungen eines Medienunternehmens. Dies ist eine Definition, die sehr allgemein ausgeführt ist und wir müssen uns sozusagen jetzt konkreter mit der Frage beschäftigen, inwiefern sich neue emergente Technologien wie Big Data und künstliche Intelligenz auf diese Prozesse der digitalen Transformation in den Medien, in der Medienindustrie insgesamt auswirken können. Und ich meine, ein erster Zugang wäre, sich Umfragen anzusehen, wie denn die Bevölkerung, wie ich meine, insgesamt auf KI im Journalismus eingestellt ist und welche Ängste und Befürchtungen und Erwartungen hier an den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Journalismus geknüpft werden. Und da findet man jetzt aus Deutschland eine Umfrage von tausend Personen, die meinten, dass künstliche Intelligenz technisch komplexe Aufgaben im Journalismus besser als menschliche Journalisten erfüllen könnten. Und das bezieht sich auf die Erkennung manipulierter Bilder und Videos, auf die Identifikation von aufkommenden Themen, das sogenannte Fact-Checking, also die Überprüfung von Fakten. Und das soll also durch technische Software der künstlichen Intelligenz und von Big Data besser erfüllt werden können als durch einen menschlichen Redakteur. Zum Dritten ist es so, dass individualisierte Nachrichtenempfehlungen nach Meinung der deutschen Bevölkerung besser durch KI ausgeführt werden kann als durch den Menschen, durch den Journalisten. Eher unentschieden sind die Befragten allerdings bei der Beurteilung der automatischen Bildauswahl für Nachrichtenartikel sowie der Hintergrundrecherche. Und die menschliche Kompetenz wird hingegen deutlich stärker im kreativen Prozess der Texterstellung der Medienproduktion von journalistischen Inhalten gesehen, sowie in der sozialen Interaktion mit dem Publikum, etwa in der Form der Moderation von Nutzerkommentaren. Also wir sehen hier schon eindeutig zentrale Einsatzbereiche von Technologien der künstlichen Intelligenz im Journalismus, in der Medienindustrie, im Nachrichtenjournalismus. Und die Meinungen der Bevölkerung sind sozusagen skeptisch bis gemischt, was den Einsatz von KI betrifft. Ebenso skeptisch sind selbst die Verlegerinnen und Verleger, also die Anbieter von Medieninhalten, die Manager von Medieninhalten. Und ich meine, dass dort die größten Probleme in den Feldern der Finanzierbarkeit von KI-Software wahrgenommen wird, aber auch sicherlich in Fragen der kulturellen Resilienz bei den Journalistinnen und Journalisten selbst. Ich glaube, das ist ein wesentlicher zentraler Faktor ein Verhinderer von weiteren Einsatzeinsätzen von KI im Journalismus. Natürlich auch die Fragen von Kompetenzen und Skills sind wesentlich hier anzuführen. Wenn man diese nicht hat, wer kann dann die KI-Systeme perfekt und optimal einsetzen. Auch insgesamt das Wissen bei den Führungskräften in den Medienunternehmen über KI-Systeme noch mangelhaft erscheint. Beziehungsweise überhaupt muss man sagen, dass der Einsatz von KI ein strategisches Potenzial birgt für Medienmanagerinnen und Verlegerinnen, welches noch nicht wirklich absehbare Erlöspotenziale mit sich zieht. Trendszenarien im Nachrichtenjournalismus 2025. Ich meine, hier ist wohl das zentrale Mantra, das aus der Wissenschaft immer wieder sozusagen in die Medienpraxis Einzug hält. Ein Weg soll beschritten sein von Mind, Product and Customer nach Machine, Plattform und Crowd. Und das ist eine Meinung, die von Professor Brynjolfsson am MIT ausgesprochen wurde. Also wenn jetzt sozusagen die Maschine den Menschen ersetzt und die Plattformen die Produkte ersetzen und die Crowd, also die Horde sozusagen im Netz, die die Kunden ersetzen sollten, dann ist hier ein wesentlicher Entwicklungstrend sozusagen wie die nächsten Jahre vorgezeichnet. Wie schnell diese Entwicklungen in diese Richtung gehen werden, sie ist jetzt von Unternehmen zu Unternehmen, von Industrie, von Land zu Land verschieden. Auf jeden Fall kann man sich jetzt schon konkret auch mit potenziellen Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft von KI im Journalismus befassen. Zum einen sehe ich hier, dass KI-Systeme ganz positiv gesehen die Kosten der journalistischen Arbeit senken sollen und auch zu Arbeitsentlastungen von Journalistinnen und Journalisten führen sollen. Die Potenziale sind auch durchaus von den Redaktionen, von den Medienmanagern, von den Verlegern erkannt worden. Und ich denke, das wird dann die Zukunft auch sein werden für KI. Man wird sich die Potenziale genauer ansehen und sehen, wie sehr das für den jeweiligen Medienbetrieb auch realisierbar ist. Auf der negativen Seite steht dann doch, dass Journalisten zunehmend zur Ware werden, dass es zu einer Art Kommunifizierung von Journalistinnen und Journalisten und Arbeit kommen wird. Also der Journalist als Ware ist ein Problem, das wir hier vergegenwärtigen müssen. Das führt natürlich gegenwärtig auch zu starken Arbeitsplatzverlustängsten seitens der Journalisten. Und es gibt ja auch ganz konkrete Beispiele, dass dem so ist. Negative Auswirkungen auf Gesellschaft und Nutzerinnen und Nutzern sind die Gefahren, die KI-Systeme auf Pressefreiheit, Medienvielfalt und Medienqualität ausüben. Also die Probleme von Filterbubbles und Deepfakes sind uns ja durchaus schon bekannt. Dass es nicht zur künstlichen Dummheit kommen wird, würde ich meinen, dass wir auch uns als Bürger und Bürgerinnen sehr stark um Regulierung und Kontrolle und Überwachung von KI-Systemen im Journalismus einsetzen sollen. Diese ist wohl gefordert, sei es eine Kennzeichnungspflicht von KI-Inhalten oder sogar ein Verbot. Sie sind Continu Knot 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 Knot